Mein Name ist Hans-Josef Vell. 15 Jahre lang war ich Mitglied im Deutschen Bundestag und habe dort zusammen mit anderen Abgeordneten das EEG aus der Taufe gehoben. Die wichtigste Grundlage für den globalen Siegeszug der erneuerbaren Energien. Im Film Power to Change hatte ich die Rolle des Politikers übernommen. Aus vielen Gesprächen weiß ich, wie stark dieser Film Menschen bewegt hat, sich aktiv für Klimaschutz und erneuerbare Energien einzusetzen. Der neue Film Fridays – The Story of a New World wird mit Sicherheit einen großen Schub in der jungen und auch älteren Generation bringen. Fridays for Future haben mit ihrem Schulstreik fürs Klima vielen die Augen geöffnet, dass unser Heimatplanet sehr krank ist. Der Film wird nun Augen öffnen, was man alles tun kann und muss, um die Welt wieder gesund zu machen. Ich unterstütze daher das Filmprojekt mit dem Kauf von Kinotickets. Du auch?